Mache bauen wir ja schon. Sehr schön, können wir gleich wieder bauen, aber erst mal, was wir noch kaputt bekommen. Ne, kommen wir nicht kaputt. So. Wollen wir wieder irgendwas zum Anschließen oder drehen oder so, oder? Ja, drehen. Sehr schön. Oh, den drehen wir mal wieder ordentlich an der Stange. Ne. Guck, ein Mikrofon kurz bewegt. Ach, das ist mein wenig seltsame Geräusche dabei. Okay, können wir los? Nein, können wir nicht. Auch interessant hatten wir auch noch nicht, dass wir zweimal machen müssen. Was glaubst du, hat das bewirkt? B-8 muss ich jetzt hier rauf stellen, dann kann sich der nicht mehr bewegen. Hä? Los B-8 muss da bleiben. Dann kann sich das nämlich nicht mehr drehen. Meine Hoffnung. Ja, sehr schön. Direkt auf die richtige Idee gekommen. Das ist vorteilhaft. Und wir haben eine Spannung richtig halten. Sehr schön. Ray, was soll denn das? Ich habe nur so ein bisschen Strom und du mit einer Waffe kriegst das nicht hin. Ah, auch sehr schön. Dazu brauchen wir Chewbacca. Und wo ist Chewbacca? Das ist noch auf ein Schiff, oder? Ist der mitgekommen? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ob der mitgekommen ist. So. So, zack, 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 zack. Warer Jedi. Yes. Wo? Gehen wir da auch noch lang? Lang, 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 lang. Sehr schön. Hier noch ganz, ähm, aus Versehen. Das Symbol da oben. Es ist, es ist falsch. Symbol? Das Symbol. Ah, daran zu kommen brauchen wir mal wieder irgendwas, was wir nicht haben. Hiermit ändern wir das Symbol. So. Okay. Mal kommen wir nicht ran an die Münze. So. Alten Zahndräder kriegen wir nicht kaputt, schade. Ach, da oben kommen wir mal wieder wahrscheinlich auch nicht, oder? Ne. Oder vielleicht doch, aber dann wahrscheinlich erst gleich. Ne. Wir bauen erst mal nach da. Um die Tür aufzumachen. So. Ne, keine Ahnung. Mal Ray ranlassen. Ah, Zahnrad. Brauchen wir also. Deshalb hab ich's liegen lassen. Sehr schön. Ja, da liegt's doch. Nimm's doch. Da liegt's doch. Oh. Idiot. So. Jetzt aber. Der schon. Andere Zahnrad. Ah, und wie krieg ich das auf? Das wollte ich doch noch das, oder? Ah, ne. Das ist was für B8. Kann doch gleich mal rauf gehen, jo. Na, komm rauf. Na, komm rauf. Wo ist denn Taste 5? Option, ähm. Störungseinstellung. Taste 5. Ah, die Charakterwechseltaste. Ah, und sie muss jetzt hier was machen. Ne, er kann jetzt. Ist ja auch interessant. Moment, hä. Alles klar. Ja. Achso, da oben muss ich festhalten. Los. Da kommt's gleich ran. Los. Hä? Mal wieder ratlos. Achso, ich bin ja auch ein Idiot. So. Das System ist gar nicht verstanden, ja. Aha, genau. Und jetzt muss ich. Jetzt wird zu ihm wechseln. Er fährt's hoch. Er fährt's hoch. Ähm. Zack. Jetzt wird zu ihr wechseln. Jetzt im richtigen Moment los. Mach das Ganze sogar nochmal, weil es kann. Läuft's hier lang, beziehungsweise holt sich noch das Geld. So. Aha. Okay, sehr schön. immer hier noch mal lang und noch mal drehen so geld 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 ja schon und weil wir was bauen und zwar mal was zum drehen wohin bauen wir das dahin und dann drehen wir auch mal ziehen 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 richter uns doch gleich der boden und an füßen weg zack 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 einer kaputt gemacht wofür ich hier geld bekommen auch interessant das rädchen brauche ich und kriegen das nicht also schon gewalt am ende damit es geht und jetzt rüber rennen los ob nicht ich durch springen schneller werde aber ich mache es trotzdem so und jetzt noch mal er hier oder okay was kann man hier daraus noch bauen okay das da können wir daraus bauen das sollte es gewesen sein bb 8 wo ich dann irgendwie wieder hinkomme so hier war der andersrum wenn es jetzt gehen ja doch doch das geht klar geht es muss erst ganz runterfahren so kurz die perspektive ändern das ist es das ist das okay was auch immer es ist wir sind nah dran so ja ein Laterspiel. Ruhig, Kleine! Ruhig, Kleine! Sei still! Ruhe! Nirgends ist es schöner als daheim. Eine Viertelration! Ray? Was war das? Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich muss wieder zurück nach Jakku. Liebes Kind, ich sehe deine Augen. Das, wonach es dich verlangt, liegt nicht hinter dir, sondern vor dir. Das Schwert. Nimm es! Ich werde das Ding nie wieder anrühren. Ich will mit all dem nichts zu tun haben. Heute erleben wir das Ende der Republik! Diese furchterregende Maschine, welche ihr erbaus habt, auf der wir festen Fuße stehen, wird dem Senat ein Ende setzen! Alle übrigen Systeme werden auf die Knie fallen vor der ersten Ordnung! Rechlagen! Inhresel, der Zwischen 4 ứ Das die e – im besonders Boah. Keiles Geräusch. Boah. M-A-Z-Schloss. Abgeschlossen. Oder M-A-Z-Schloss. Oder Ma-A-S-Schloss. Warre Jedi. Sehr schön. Den roten Stein haben wir diesmal nicht gefunden. Jedoch haben wir davon zwei, drei, glaube ich, gefunden. Drei. Vier sogar. Sehr schön. Und ja. So, wir haben noch ein paar Fahrzeuge freigeschaltet. Und noch ein paar Charaktere. Und zwar beispielsweise Ray. Noch jemanden, 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 Ray Jung. Noch jemanden, noch jemanden. Noch jemanden, noch jemanden, noch jemanden, niemanden mehr. Und semi-Seid. Nein, nee. Sehr schön. So, hier erstmal im Menü noch ein paar. So, Menü. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe eine Levelauswahl noch ein paar Minuten. Ich finde das mega geil. Natürlich, es beeinflusst ein bisschen diesen Spielfluss, dass man eben von 1 in Level ins nächste geht. Aber ich finde das schon ganz cool, dass man eben dazwischen auch noch Missionen hat, damit... Ich finde das einfach cool von der Idee her. Ah, so. Die geht da lang. Wir haben auch noch mit. Ja, das ist einfach... Natürlich, für jemanden, der einfach so schnell durchspielen möchte, ist das vielleicht nichts, aber... Das ist einfach so cool, dass eben noch was dazwischen, was eben nicht zur Mission gehört, wo du einfach nur Geld sammeln kannst. Nicht nur dieses Standardmenü, wo man eben sowieso nichts machen kann. Früher war es ja immer so ein ganz seltsames Menü, wo man sowieso überhaupt... Das Wort zu nichts nutzt. Ähm, aber das, äh... Oh, das ist von der Idee her richtig cool. Okay. Ist da hinten auf? Mal gucken. Ah, nee. Brauch ihn. Ländere auch schon da. Ich bin ja ein... Ein läumelnder Idiot. Hm. So. Was hier halt nur... Gleich machen können. Aber nicht. Wir haben hier auch noch ein bisschen was geguckt. Ich brauche deine Hilfe mit dem Tor da drüben. Sehr schön. Ich werde da mal helfen mit dem Tor. Danke. So, ähm... Also. Pff. So. Jetzt geht's hier rein. Geht noch nicht. Lass mal hier noch. Was, Bonk? Warum kann ich da noch nicht weiter? Geht's wahrscheinlich erst später weiter. Okay. Taste 3. Und, ähm... Ich würde erst mal sagen, bevor ich, ähm, fortsetze, das war's mit dieser Aufnahme. Ich weiß nicht, ob jetzt, ähm, es direkt weitergeht oder ob, ähm, erst, ähm, in der nächsten Folge es weitergeht. Kommt ganz drauf an, wie ich schneide. Und wenn's noch nicht weitergeht, ähm, denn bis zum nächsten Video und wenn's weitergeht, bis gleich. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.